Jolina kocht die Bohnen besser, Lukas ist immer noch im Camp und jetzt fällt mir auch nichts mir ein. Und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good Morning in the Morning, Krenke. Wie geht es dir? Also körperlich und psychisch gut. Wir waren ja gestern noch auf einer Großveranstaltung hier in Berlin. Die ist ja sehr gut gelaufen. Ja. Und dann haben wir das Halbfinale geschaut. Ja. Und davon bin ich, also das hat mich dann ein bisschen runtergezogen. Besonders das Ende, Dennis. Wie geht es dir denn? Mir geht es auch ganz gut. Ich habe ganz okay ausgeschlafen. Daher ja. Mich hat nun tatsächlich das Ergebnis der gestrigen Sendung sehr abgefuckt tatsächlich. Ich habe sehr viel Unverständnis dazu auch geäußert. Ich habe gedacht, als ich dann, als die Sendung vorbei war, habe ich noch aufs aktuelle Sportstudio umgeschaltet. Ja. Und da kam, ich habe schon vergessen, worum es ging, aber irgendein Bericht hatte mich interessiert, der da lief. Ich habe den aber nicht vernünftig wahrnehmen können, weil ich die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, wie scheiße ich finde, dass Lukas im Finale ist und dass ich eigentlich so gar keinen Bock habe, mir das morgen anzugucken. Ja. Ja, es ist, äh, es ist traurig. Es war irgendwie leider zu erwarten, aber Nestor Trask ist mal trotzdem enttäuscht, weil da wird jemand ins Finale getragen, der nichts geleistet hat, einfach nur hässlich ist, die erste Woche geschwiegen hat, die zweite Woche peinlichst bedacht war, seine Außenwirkung zu wahren und dieses, dieses Saubermann-Image zu halten, nichts geliefert, hat unnötige Streits angefangen, hat irgendwie Leute fertig gemacht, hat sich auch nur oberflächlich für die anderen interessiert, auch nur dann, wenn es ihm genützt hat und dann wird so jemand ins Finale getragen, weil er der Ehemann, beziehungsweise der Mann von ist. Also tut mir leid, das ist der, das ist die Definition von Quotenmann tatsächlich. Der hat nichts geleistet, außer irgendeine Quote, und zwar die Katzenberg-Quote zu erfüllen in der Sendung. Ja, es ist, also insofern ist es ganz lustig, weil wir zu Beginn der Staffel dachten, dass Verena Kehrt und Claudia Effenberg die Spielerfrauen sind. Ja. In Wirklichkeit ist es aber Lukas. Ja. Und zwar deutlich erfolgreicher, als die anderen beiden das waren. Bevor wir aber noch ein bisschen mehr drüber abkotzen, wie schrecklich wir das alles finden, können wir noch so ein paar andere Themen abräumen. Es sind ja rausgeflogen Cosimo und Julina, was wir, glaube ich, beide sehr schade finden. Bei Julina etwas mehr, bei Cosimo etwas weniger, aber insgesamt keine, also nicht die beste Situation. Ja, ich habe das Gefühl, die haben sich beide gegenseitig mit ihrem Streit rausgekehlt irgendwie. Ja, das kann sehr gut sein. Diesen Streit habe ich auch irgendwie nicht verstanden. Ich hatte dann auch zu sagen gefragt, du hattest mir dann auch geantwortet tatsächlich. Weil ich habe das Gefühl gehabt, worüber streiten die eigentlich? Ich raffe das nicht. Irgendwie der eine redet darüber, dass das Gefühl seine Lebensleistung nicht anerkannt wird und wenn man zum Clown reduziert wird. Aber das hat doch Julina gar nicht gesagt. Und Julina redet irgendwie davon, dass man mit Cosimo nicht reden könne, weil der das immer irgendwie alles falsch aufschnappt und sein Riesenbaby. Was ist denn hier los? Also es hat sich, es hat sich daran entzündet, dass die über die Nachtwachen gesprochen haben. Ja. Und wer dann welche Schicht übernimmt. Ursprünglich hatte sich, so habe ich das rausgehört, Cosimo wohl dafür ausgesprochen, dass er gerne die zweite Schicht machen wollte. Als es aber ums Verteilen ging, wollte er das nicht mehr, weil ihm das irgendwie zu anstrengend war oder so. Und dann haben die angefangen zu diskutieren. Und Julina war etwas angefressen und sagte dann, wie, hey, du wolltest doch die zweite Schicht und jetzt auf einmal nicht mehr, oder was? Ja. Und dann hat Cosimo aber nicht geantwortet, sondern gesagt, nee, ist gut, es ist okay, ich mache die zweite Schicht jetzt. So ein bisschen, ja, so ein bisschen eingeschnappt, übertrieben, was da genau im Vorhinein lief, wissen wir ja leider nicht, aber so kam es halt rüber. Und dann wollte Julina das aber ausdiskutieren, wie zu ihrer Art, dass er gesagt hat, nee, das gibt es jetzt nicht, jetzt wird hier das besprochen. Und es hätten auch nur zwei Sätze von Cosimo gereicht, glaube ich, die er hätte sagen müssen, dann wäre das geklärt gewesen. Die kamen aber nicht und er hat sich immer mehr in so Sachen reingesteigert, das hat Julina wahnsinnig sauer gemacht. Ja. Und dann wieder zu dieser Tessa-Problematik geführt bei ihr. Sie hätte es dann auch tatsächlich einfach gut sein lassen können, hat sie aber nicht. Und so haben die sich beide gegenseitig in so einen völlig sinnlosen Streit reingedreht und sind da auch nicht mehr rausgekommen. Und dann hat Cosimo irgendwelche wilden Assoziationen wieder in seinem Kopf gehabt und fing dann mit Klauen an, woraus ihm Julina dann drehte. Also es ging ihm dann gar nicht mehr so sehr um die Nachtschicht da, um die Schicht am Feuer, die Feuerwache, sondern vielmehr insgesamt darum, dass man ihn nie richtig ernst nehme und sich nicht auf ihn einlassen möchte. Und da sitzt wohl ein bisschen tiefer alles. Das hat ihm Julina aber als, du wechselst, das Thema ausgelegt, was nur so halb stimmte, möchte ich sagen. Ah. Genau. Und dann wurde es immer schlimmer. Und das ebbte dann wieder ein bisschen ab und dann kochte es nochmal auf, als wir dieses Blattspiel hatten. Die haben ja Blätter bekommen, ein grünes und ein rotes und mussten ja ein grünes Blatt an die Person verteilen, von der sie denken, dass sie es verdient hätte, Dschungelkönig oder Dschungelkönigin zu werden. Und das rote an eben genau das Gegenteil. Und dann hat Cosimo angefangen und immer noch eingeschnappt, wie er war. Also grün haben die sich ja alle irgendwie selber gegeben, was ich wahnsinnig albern fand. Können wir gleich nochmal drüber reden. Aber hat dann nochmal als Retour-Kutsche Julina rot gegeben. Und du hast halt, daran kann man dann auch sehen, dass sie halt auch nicht, sag ich mal, deeskalierend die Situation versucht hat zu beruhigen, sondern sie hat ihm dann auch rot gegeben. Und dann fingen die halt einfach wieder an. Es war komplett albern. Aber ich glaube tatsächlich, das hat beide auch Sympathien gekostet. Das stimmt. Was sehr schade ist, weil ich glaube, sowohl Julina als Cosimo haben sich in diesem Camp bewiesen, am Ende tatsächlich. Also Cosimo haben wir einen wirklich sympathischen, er war der Onkel des Camps, dieser leicht drollige Onkel. Genau. Er war einfach super, war witzig. Zum Ende hin, ja, müde, Hunger, aber sagen wir mal, ja, alle am Ende. Deswegen, eigentlich hätte er es aus meiner Sicht verdient, ins Finale zu kommen. Julina, wirklich ähnlich. Also wenn ich am Anfang denke, ich hatte das Bild von, um Gottes Willen, das ist so eine Make-up-Lady von YouTube, um Gottes Willen wird das anstrengend. Aber am Ende haben wir eine wunderbare Frau, die für die Sache wunderbar erklärt, sich Geduld nimmt, Verständnis zeigt und einfach offen ist. Und einfach der Sache auch sehr viel Würde verliehen hat. Und immer bedacht war, einfach stabil zu bleiben. Und das ist irgendwie... Einfach alles mitgebracht, was ein Dschungelkönigin braucht. Alles. Also wirklich alles, bis hin zur Fressprüfung. Richtig. So. Und dann ist quasi auf den letzten Metern, haben sie sich in die Haare bekommen und sind gemeinsam gefallen. Ist auch so tragisch irgendwie. Das stimmt, das ist so von der Geschichte, wenn man die so erzählt, ist es tatsächlich auch eine schöne, tragische Geschichte, die nochmal so einen Punkt mit reinbringt. Sozusagen bevor es dann sich die Geschichte wieder ein bisschen konsolidiert und dann auf ein großes Finale zusteuert, so ein Wendepunkt oder so. Aber es ist halt unbefriedigend, weil man das halt... Also ich habe mir das halt so nicht gewünscht. Richtig. Gigi hat sich ein bisschen gebessert in den letzten Tagen und war wieder ein bisschen netter und nicht so toxisch. Und ein bisschen, ja auch ganz lustig und irgendwie hat auch interessanterweise Lukas sehr gut durchstiegen und das war alles irgendwie ein bisschen besser. Aber das Finale finde ich, das hat er sich nicht verdient, sondern das Finale haben sich Cosimo und vor allem Julina verbockt. Ja, in der Tat. Also wir hatten ja gesagt, wir hätten gerne Julina Cosimo und Damilia im Finale mit der Konsequenz, dass Julina Dschungelkönigin wird. So. Das hat sie einfach sich bewiesen und das wäre eigentlich das fairste und das schönste Ergebnis dieser Staffel gewesen. Stattdessen sind die beiden jetzt rausgeflogen und Gigi, dem ich tatsächlich einen schönen vierten Platz gewünscht hätte, das wäre einfach ehrlich gewesen und auch solide Arbeit, haben wir tatsächlich jetzt mit Lukas Codales jemand im Finale, der eine falsche Schlange ist einfach. Also es ist wirklich, der sich widerwärtig verhalten hat, auch allein der Satz, die war ja im Heim, deswegen versteht die das nicht. Ja, Wahnsinn ey, was der sich das mit der Gleise hat, das ist richtig krass. Alleine da würde man den einfach mit voller Wucht wie so eine Kröte aus diesem Camp werfen sollen. Ja, in der Tat war das, also ja, ich habe hier irgendwann notiert, sehe ich gerade Lukas, halt doch einfach mal die Fresse, als er nämlich das rote Blatt von Jamila bekommen hat. Da konnte es sich an sich halten, er musste sofort sein Sauermann-Image korrigieren und sofort das Eingreifen und die Kontrolle wieder darüber behalten, was über ihn passiert. Genau. Boah. Also wirklich, wirklich komplett, also ja, interessant fand ich eine Sache, die Sonja am Schluss gesagt hat, als sie mit Jan zurückgelaufen ist. Es sei wohl gar nicht so eindeutig gewesen, also die müssen wohl sehr eng beieinander gelegen haben, telefontechnisch. Also wenn das ist, beiße ich mir selber in den Hintern, dass ich so geizig war für die Mark, tatsächlich. Ja, habe ich mir dann auch kurz überlegt, scheiße, hätte ich jetzt irgendwas, ich meine, naja, ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich hätte es nichts gebracht und ich gebe ja traditionell immer erst im Finale eine Stimme ab, aber es hat mich auch geärgert, wenn es so eng gewesen wäre. Vielleicht hätte man einfach versuchen müssen, Twitter, auf Twitter, über Twitter mit den ganzen Leuten, mit denen man da irgendwie nachts die Sendung immer verfolgt, irgendwas zu organisieren, was auch im Ansatz gegen die Katzenarmy anstinken kann. Vielleicht hätte es ja sogar geklappt und das macht mich ein bisschen hoffnungsfroh fürs Finale, dass wir tatsächlich Lukas da auf den dritten Platz schicken können. Das wäre sehr, sehr schön, wobei ich fast eher an den daran glaube, dass er Zweiter wird und wir dann sozusagen sich alle verbrüdern, alle die gegen Lukas sind. Und die vorher die Stimmen aufgeteilt haben auf vier andere, sich dann verbrüdern und dafür sorgen, dass dann hoffentlich Jameena Dschungelkönigin wird und nicht Gigi. Wie fandst du denn dieses Blumenblatt-Spiel mit Grün und Rot eigentlich? Das war jetzt das zweite Spiel in der Staffel mit der Intention, Streit zu sehen. Also ich glaube, was wir diese Staffel ja gar nicht hatten, waren ja diese Schatzsuchen, wo quasi per Telepathie rausgefunden werden muss, wie sich die Stars selber einschätzen und zwei andere müssen das auf der anderen Seite des Dschungels auch tun. Das hatten wir ja gar nicht, weil das hat immer so ein bisschen, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, das hat auch nicht so richtig gezündet. Und das hier ist ja ordentlich direkt. Erstens mit diesem Päckchen-Spiel, das war ja wirklich voll auf die Fresse. Und auch das war schön so nach dem Motto, erklärt doch mal, wer hat es denn verdient und wer nicht verdient. Und auch so das zu drehen, das aus diesen Interviewsituationen, also wir hatten das ja auch, diese Fragen wurden ja auch vorher schon immer gestellt. Wer hat es denn verdient, wer hat es nicht verdient? In diesen Eins-zu-eins-Interviewsituationen, jetzt war quasi, hey, wir können direkt die Reaktion der Leute einfangen. War, ich fand es spannend, aber es hat dann auch irgendwie nicht wirklich gezündet. Es ist vielleicht zu spät, es ist zu abgesessen, die Leute kennen sich, es ist irgendwie so, alle haben auch wirklich keinen Bock mehr. Ja, also wenn halt sich Julina und Cosimo nicht vorher in den Haaren gelegen hätten, ich glaube, der wäre nicht so fast gezündet. Das Einzige, weil er gewesen wäre, dass sich halt Lukas wieder, also Lukas hätte sich in allen, in allen Paralleluniversen. Ja, in allen Denkwahren, genau. Wie gesagt, zum Horst gemacht. Weil der Mila korrekt erfasst hat, worum es hier geht. Das habe ich auch gedacht, dass das so eine Sache ist, die hätte auch nach hinten losgehen können. Also in so einem Kuschelcamp wäre das voll nach hinten losgegangen. Da hätte man auch nicht gesehen, dass sie sich alle selbst das grüne Ding geben, sondern die hätten jemand anders genommen. Und dann viel, also was man ja auch hätte, hätte man versuchen können. Ja, einem muss ich es ja geben, dann gebe ich es irgendwie dir. Weil ich finde einfach irgendwie, die anderen haben das irgendwie so gut gemacht oder so. Also so ein bisschen nett das formuliert. Und wenn das der erste Cosimo gemacht hätte und vielleicht auch die zweite Person, dann hätte das auch bis zum Ende sich so durch, sich so weiter entwickeln können. Wie sagt man das denn? Gott, oh Gott, ich bin echt, ich merke eine Dauermüdigkeit. Die geht auch durchaus hier auf meine Formulierungs... Ja, es hätte sich etwas durchgezogen. Was Julina... Genau, hätte sich durchziehen können, aber ist halt nicht passiert. Das war Glück. Also was ich besser fand, war tatsächlich dieses Postspiel mit den hier. Da sind Adjektive drin und das weist ihr jetzt mal Leuten zu. Genau. Die einzige, die das Spiel so ein bisschen geboren hat, war das Julina, die sich das rote Blatt auch selber gegeben hat. Nach dem Motto, ich muss ja nach diesem Spielregel hier nicht spielen, ich gebe es mir einfach selber. Im Zweifel habe ich es auch nicht verdient. Das war das tatsächlich das einzig Sinnvolle. Ja. Genau, dann sind wir jetzt eigentlich schon beim Aus... Ach nee, wir können doch mal, stimmt gar nicht, wir sind gar nicht beim Ausblick. Wir haben ja noch die Dschungelprüfung der Sterne. Wir haben die Dschungelprüfung. Dennis, es stimmt, du kommst aus einem Paralleluniversum oder beziehungsweise du warst schon immer in diesem Universum und ich komme aus dem anderen Paralleluniversum mit den drei Leuten, die hochlaufen. Der Mandela-Effekt hat zugeschlagen bei mir und alle fünf mussten tatsächlich hochrennen. Wie fandst du die Prüfung, Dennis? Ich fand sie sehr gut. Es war sehr spaßig. Wir haben endlich wieder Slow-Motion-Bilder gesehen. Ich glaube, allein dieses Bild, wie Gigi da einfach komplett wahnsinnig durchrennt. In Slow-Motion, wunderschön, sieht gut aus, war spaßig. Da die beiden Moderatorinnen mit ihren Fliegerbrillen und eben diesen kleinen Megafon anbrillen. Super. Es ist einfach wirklich, das sind wunderbare Dschungel-meets-Takeshi-Castle-Vibes und dafür gehe ich auf. Ja, das ist auch eine Sache, hat Sonja auch gesagt, wir haben das jetzt schon ein paar Mal gespielt, das muss auch beibehalten werden. Es ist so eine tolle Prüfung, die darf nie wieder weggehen. Solange es das Camp gibt, muss diese Prüfung gespielt werden, bin ich ganz, ganz für. Und jetzt merken wir uns auch endlich mal, es ist das Halbfinale, Dennis. Nächstes Jahr wissen wir das. Aber wir machen das ja auch noch gar nicht so lange und gucken die Sendung gar nicht so lange. Deshalb wissen wir das natürlich. Ich glaube, ein strategischer Fehler haben sie gemacht mit der Reihenfolgen-Festlegung, dass Stamila als erstes geht, weil sie einfach so kurze Arme hat für fünf Sterne gleichzeitig halten. Oh mein Gott, ja, die war so langsam. Meine Güte, die hätte zweieinhalb Minuten gebraucht, bis sie da überhaupt hochgelaufen ist. Aber sie musste als erste gehen. Ich glaube, sie hätte es nicht ganz bis nach oben geschafft. Aber es hätte gereicht, als quasi als zweite oder dritte Person zu gehen, weil dann hätte sie noch vier beziehungsweise drei Sterne tragen müssen. Und es hätte einfach von dem Sterne umgreifen besser geklappt. Ich weiß nicht, ob das das Hauptproblem gewesen wäre, denn sie muss ja auch, es gibt ja so zwei größere Wellen, die da nochmal runtergeschossen werden, da werden ja alle weggespült in der Regel. Sie muss ja auch wieder hochkommen in der Zeit. Ich glaube, das wäre eng geworden und ich möchte auf eine Sache hinweisen. Die haben ja fünf Sterne bekommen, fünf Sterne verdient hatten sie nicht, denn Stamila lag nicht auf dieser gelben Markierung. Sie waren nicht auf ihrer Position auf dem Spielfeld. Sie ist runtergespült worden, zweimal nicht mehr richtig hochgekommen und das war auch nicht, wie du gerade im Vorgespräch gesagt hast, ja, die 30 Zentimeter, nee, 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 das waren zwei Meter oder so. Die lag richtig weit davon weg. Eigentlich, eigentlich waren das hier allenfalls vier Sterne. Bei den anderen bin ich mir gar nicht so sicher, ob die nicht auch ein bisschen daneben gesessen haben. Ich wäre da strenger gewesen, bin ich ganz ehrlich. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, sieht man daran ganz gut, dass das schon nicht funktioniert hat. Das wäre eine größere Katastrophe gewesen, wenn sie weiter oben gesessen hätte. Du verstehst den Sinn dieses Spiels nicht. Der Sinn dieses Spiels ist nicht Sterne sammeln tatsächlich, sondern einfach Spaß haben, gute Bilder produzieren. Da kann man es tatsächlich nicht so, muss man es nicht genau nehmen, dass die da nicht auf diesem Stern sitzen. Du hast ja am Anfang noch behauptet vor der Sendung, dass die Regeln ja vorsehen, dass man auf dem Stern sitzen müsste. Das haben wir ja auch jetzt vorgegeben. Ich meinte den Stern, wir haben aneinander vorbeigeredet. Ich meinte nicht auf dem Stern, diesem hier, diesen Ding-Stern, Plü-Stern, was ist das? Styropor, nee, Styropor, wie heißt das? Schaumstoff-Stern, sondern den Stern auf dem Spielfeld. Den war ich. Okay. Auf dem muss man sitzen. Ich glaube, wenn man die Regeln, das müsste man jetzt noch mal nachgucken, ob nicht die Regeln sagen, man muss einfach in dem Radius von diesem Stern sein. Ja, wie groß soll der Radius denn sein? Also, wenn sie den Abstand, den sie nach unten zum Stern hat, wenn der nach oben gewesen wäre, wenn sie sozusagen zu weit oben wäre, hätte sie direkt neben dem Nächsten gesessen. Ja, ich würde es nicht so eng sehen. Ich sage, das ist nicht der Spirit, du spielst. Ich bin komplett dafür, keine Sterne zu verschenken im ganzen Camp, auch nicht am vorletzten Tag und schon gar nicht und schon gar nicht im Finale und schon gar nicht im Finale. Also, ich will sehen, dass Lukas an seinem Goodie scheitert heute Abend. Das ist das Mindeste, was der RTL mir schuldig ist. Wir können ja kurz über Prüfungen reden. Wer bekommt denn was? Wir haben einmal aushalten, wir haben einmal fressen und wir haben einmal so leicht Action, oder? Ja, so in der Regel wird es sein. Naja, Lukas wird fressen kriegen. Also, ich meine, das kommt jetzt ein bisschen darauf an. Das kommt ein bisschen darauf an. Aber wenn ich die Redaktion richtig einschätze, wird Lukas fressen kriegen, weil die wissen, das kann er nicht gut. Ja. Und weil die auch alle ein bisschen sauer sind darüber, dass er immer noch im Camp ist, glaube ich. Ja. Deshalb gab es ja auch so ein paar Kommentare, ne? Da habe ich ja gerade schon gesagt, dass Sonja nochmal gesagt hat, na, so war wohl ganz knapp oder so, so wenig eng war es gar nicht oder so eigenartig hat er sich formuliert. Und ich kann mir vorstellen, sie geben ihm Fressen, damit er scheitert. Mhm. Es könnte auch sein, dass sie Jameela Fressen geben, damit sie sich zur Krone frisst. Ja. Könnte auch passieren. Action wird Lukas auf keinen Fall kriegen, wenn dann eher aushalten. Ja. Und wenn er aushalten bekommen sollte, wird das danach sehr, 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 sehr schlimm, weil er wieder von seinen Heldentaten erzählen wird. Deshalb steht es fast zu hoffen, dass man ausnahmsweise, dass alle drei gehen und sich die Prüfung der anderen anschauen. Ja, aber ich glaube, es macht jetzt für das weitere Camp nicht mehr so viel Sinn oder hat keine Relevanz mehr, wenn er da noch Lügengeschichten auftischt, weil wir sehen ja, was passiert ist. Er muss ja die Show jetzt nicht mehr, die Show ist ja nur noch zu uns relevant, weil das Camp ist ja dann nachher eh vorbei. Er muss ja kein Standing mehr haben im Camp. Deswegen würde ich mir darum, dass ich jetzt keine Sorgen machen, dass er bei aushalten dann wieder seine Leistung überhöht. Ja. Man kann es ja auch beim großen Wiedersehen noch aufhören. Genau. Das findet ja Montag tatsächlich statt. Das findet ja trotzdem statt, lustigerweise. Aber am Montagabend. Wie immer werden wir es nicht gucken. Ja, das stimmt. Ich habe Montagabend auch tatsächlich was anderes vor. Ja, aber ich sehe es ähnlich. Also prinzipiell, also aus der Dramaturgie würde ich es gerne Damilia geben, damit sie sich zur Krone erfrisst. Aber ich weiß halt ganz genau, dass Lukas das nicht schafft zu fressen. Gerade wenn es irgendwas, was zäh ist, was einfach lange zum Kauen braucht, wo er einfach Geduld braucht. Daran möchte ich ihn gerne scheitern sehen. Ja, ne? Irgendwie will man das. Man ist so zwiegespalten. Man möchte einerseits, dass Damilia sicher zur Krone kommt. Gleichzeitig möchte man aber Lukas Cordalis massiv scheitern sehen. Das widerspricht sich gerade so ein bisschen. So wie zwei Magnete, die sich abstoßen. Damit ist einmal eigentlich ziemlich klar, dass Gigi, die übrigens an dieser Stelle nochmal ganz großartig die Super Mario Brothers, wollte ich nochmal ganz kurz, das fand ich, war sehr schön gemacht mit Cosimo und Gigi. Aber damit ist eigentlich klar, das wollte ich sagen, dass Gigi diese, ja, etwas actionartige Prüfung bekommen wird. Richtig. Und, ganz wichtig, sie werden wieder das Spielchen spielen, dass die Leute glauben, dass sie ihre Prüfung selber aussuchen, aber in Wahrheit kann ich sie selber aussuchen. Weil darauf fallen sie alle rein. Jedes Jahr, es ist immer dasselbe, es passiert trotzdem. Aber es ist lustig. Ich könnte mir vorstellen, dass Jamila sagt, dass Jamila dann irgendwie sowas sagt, das macht doch keinen Unterschied, wir kriegen das doch eh zugewiesen oder so. Das könnte ich mir, ja, das könnte ich mir, könnte ich mir vorstellen. Haben wir noch irgendwas vergessen, Dennis? Ja, also zwei Fragen haben wir schon gestriffen. Wer gewinnt? Wir hoffen auf Jamila und ich glaube auch tatsächlich wird es so sein, dass Lukas die erste Runde noch übersteht und dann wird sich alles verbrüdern. Und selbst wenn Jamila in der ersten Runde rausfliegt, wird sich alles verbrüdern und dann wird Gigi gewinnen. Sowas wird es hoffentlich sein, wahrscheinlich sein. Wie viel Lust haben wir denn aber aufs Finale überhaupt? Also, was wir heute sehen werden, ist einerseits eine wunderbare Erzählung, wie Damilia, die Ersatzkandidatin, ins Camp kam per Zufall, ihre Geschichte erzählt hat, wie wir einfach einen Mensch hinter dieser Figur, hinter diesen aufgeblasenen Lippen kennengelernt haben, der ultraherzlich ist, der einfach Risse hat, der Druckerprobleme hat, aber einfach trotzdem eine ultraherzlichste Person ist. Und es eigentlich ultraverdient hätte, diese Krone zu bekommen. Ich glaube, das werden wir auch durchspüren in den Beiträgen. Gleichzeitig werden wir Lukas Cordalis, der seinen Leidensweg in diesem Camp erzählen wird und einfach einen auf Judas machen wird. Das wird so schlimm. Und wie er sich da bewiesen hätte, wie er es endlich schafft, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Moment mal, auf Judas? Judas ist doch der Typ, ist das nicht der Verräter? Es kann gut sein, ich bin nur kulturell katholik. Du meinst, also eher auf Jesus, auf Erlöser? Ja, genau. Gut, so. Auf Judas und Jesus, das Verhältnis der beiden war zum Schluss nicht mehr das Beste. Das stimmt. Nee, aber er wird seinen Kreuzweg da zeigen, weil er sich hier geleistet hat, ausgehalten hat. Und wie gesagt, die Fußstapfen seines Vaters und der Familie und er wird alle stolz machen. Und er ist nicht treu geblieben, hat sich hier seine Werte nicht verraten. Und diese ganze Sülze wird er auskippen und zelebrieren und wir werden es einfach nur alle hassen. Er wird sich so massiv einscheißen im Fernsehen. Und gleichzeitig, ich hoffe, dass der RTL immer wieder zwischenschneidet, wie hässlich er war. Immer wieder das unterbricht und diesen starken Kontrast zwischen der... Ja, Dennis, den Fiebertraum muss ich dir, glaube ich, nehmen. So manipulativ gemein werden sie nicht schneiden. Und ich glaube, das wird nicht passieren. Warte. Oh. Bei Gigi hingegen werden wir sehen, ja, so ein bisschen die Erzählung von so Zeug, dass er, ja, hier, so ein bisschen Wandlung, whatever. Gigi ist tatsächlich der Nebencharakter in diesem Finale. Wir haben tatsächlich... Ja, was will man da groß erzählen? Ich glaube auch nicht, dass da was passiert. Deswegen wird es ein sehr anstrengendes Finale tatsächlich. Es könnte aber mit einem sehr schönen Happy End enden und wir sind dann alle trotzdem glücklich. Oder wir stehen morgen in Köln und stürmen die Zentrale vom RTL. Also, ich habe ja schon gesagt, so richtig viel Bock habe ich nicht. Ja. Und ich habe auch die Befürchtung, dass das ganz übel enden könnte. Dass es wirklich ganz übel enden könnte. Und einerseits wäre das natürlich nicht schön. Andererseits könnte das aber auch ganz nett sein. Weil wir dann zum ersten Mal seit, weiß ich nicht wie viele Jahren, einen Dschungelkönig mit Lukas hätten, den wir nicht haben wollen. Denn, guck dir mal die Dschungelkönige der letzten Staffeln an. Wir rufen das mal ganz, wir rufen das mal einfach schnell auf. Hier, googelt der Chef noch selbst. Machen wir jetzt einfach mal so, ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Huch, da war es doch. Und dann gucken wir uns mal die Sieger an. So. Also, Costa Codales hat, oder wo? Nee, Staffel 15, lass mal rückwärts gehen. Ja, okay. Philipp Pavlovich haben wir, glaube ich, letztes Jahr gesagt. Der richtige Dschungelkönig nach Ausschlussprinzip. Bei Prinz Damien waren wir uns alle einig, dass das werden soll. Evelyn Burdecki hat es dann irgendwie auch geschafft. Jenny Frankhauser, naja, aber war auch irgendwie eine eigenartige Staffel. Marc Terencey, waren wir auch alle irgendwie dafür. Menderes, genauso. Maren Gilzer, mochten wir zum Schluss auch alle irgendwie. Joey Heindl, ganz genauso. Also, Brigitte Nielsen war sowieso klar, dass die gewinnen muss. Und so weiter und so fort. Per Kussmann war auch, meine ich, der stärkste und beste Kandidat, der zum Schluss noch da war. Also, was ich sagen will, ist, das sind alles schon die, bei denen man sagen würde, ja, eigentlich sind das so, wenn ich mir die Staffel nochmal anschaue, sind das die, vor denen ich auch gewollt hätte, dass die gewinnen. Oder im Nachhinein das zumindest gut oder okay finde oder so. Würde bei Lukas überhaupt nicht so sein. Und das wäre vielleicht nochmal was Nettes, was man daraus ziehen könnte, wenn er es schafft. Aber so richtig, also ich habe ein bisschen, sag mal, das ist Bock. Ich habe irgendwie eigentlich Angst davor. Ich möchte das nicht. Und deshalb ist es sehr unangenehm, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue. Es ist jetzt kurz vor zwölf, nehmen wir hier auf. In zwölf Stunden wissen wir es ja schon fast. Gott, oh Gott, oh Gott. Dann ist das was, wie wir jetzt quasi mit der Erwartungshaltung ins Finale gehen werden heute. Genau. Bis dahin werden wir uns noch auftanken, werden Energie finden für das. Und ihr könnt uns gerne noch, falls ihr heute noch wollt, dass wir das beim Live-Kommentieren mitbekommt, auch für die Auffolge, at Djungelpod. Oder ihr unterstützt uns mit Sternen. Oder ihr gebt Geld. Alle Informationen dazu findet ihr auf djungelpodcast.de unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank für alle, die es bisher getan haben. Wunderbar. Das ist super toll. Und wir hören uns tatsächlich nach dem Finale und entweder mit Damilia oder Lukas Kodales als jeweilige Dschungelkönigin. Vermutlich. Vermutlich. Wir haben Angst. Wir hören uns dann morgen zum letzten Mal für dieses Jahr und wir hoffen, dass wir in der Zwischenzeit kein Extrablatt mehr aufnehmen müssen, weil wir, um Kristall zu verhindern, zumindest das haben wir geschafft. Also viel Spaß heute Abend und wir hören uns morgen. Bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020